Ich habe ein Seminar gebucht bei Carmen Lempe, hier im Schutterwald, in der Freiburger Gegend. Meine Intention, dass ich das Seminar gebucht habe, war, wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her, beziehungsweise das ist meine Berufung. Also Sommerchem Hyperraumseminar, sprich in einen Raum zu treten, der Möglichkeiten eröffnet. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, das ist jetzt das Richtige und es hat sich bewahrheitet für mich heute, wo ich in einer Sitzung mit Carmen gearbeitet, hat meine Chakren ausgerichtet, hat meine Energieblockaden aufgelöst, hat mir auch verschiedene Muster gezeigt, die ich jetzt auflösen durfte. Ich habe das mit ihr erarbeitet und in dem Moment haben wir dann, im Anschluss war dann für mich klar, das ist genau das, was mich blockiert hat an meiner Person, beziehungsweise an meinem Business. Jetzt was meine Berufung angeht und bin natürlich klar ausgerichtet, jetzt habe ich mehr Klarheit. Was mich halt an diesem Wochenende jetzt bestätigt, oder das wurde mir bestätigt, dass ich halt durch die Sitzung mit Carmen zu meinem Ursprung gekommen bin, zu meiner Urverwurzelung, zu meiner Uranbindung, dass ich meine eigenen Kräfte wieder spüren kann, meine Anbindung an die Erde, meine Verbindung zu meinem inneren Kind, zu meinem inneren Mann, was ich nicht wusste, dass es das gibt, also sprich, auch wie sie da sind oder wie sie momentan da waren und jetzt sind sie wieder bei mir angebunden und ich bin mit ihnen eins, was mich unheimlich glücklich macht und auch wortlos, aber tiefe Freude, tiefe Liebe empfinde ich dabei und ich bin einfach nur überglücklich, dass ich mich getraut habe, den Mut gehabt habe für diesen nächsten Schritt, auch durch die ganzen Dinge, die vorher passiert sind, dass ich dann wieder aufgestanden bin und wollte weitergehen und es bewahrt sich immer wieder, dass man, wenn man oft hingefallen ist, den Mut haben muss, wieder aufzustehen und weiterzumachen und ich bin einfach nur dankbar. Das Seminar Sommercamp in Schutterwald, das wurde von Carmen Lempel und Gerardo Lempel organisiert. Was Carmen macht, war für mich, wie gesagt, schon jetzt einzigartig, in was für einer Intensität und mit was für einer Klarheit beide ihr Business oder auch ihr Coaching durchziehen. Es ist eine lockere Atmosphäre gewesen und wir sind alle verändert in den zwei Tagen durch diese... Ich wusste nicht, was da passiert. Ganz klar, ich war angespannt, natürlich Vorfreude war da, aber auch Unsicherheit, weil ich schon so ähnliche Sachen in der Vergangenheit erleben durfte bei anderen Coaches. Und in dem Moment, wo ich dann bei Carmen saß, hat sie einige Sachen bearbeitet, hat die 13. DNA geöffnet. Und... Wie, über was hat sich die 13. DNA geöffnet? Durch Energiefreisetzung, also sprich durch ihre shamanischen Karten, weil ja der Schamanismus, das ist auch für mich was ganz Neues. Ich habe noch nie mich von einem Schamanen oder meiner Schamanen coachen lassen und das war für mich auch was ganz Besonderes, weil die Schamanen arbeiten mit anderen Techniken als wie Reiki oder Prana, durch das ich schon erfahren durfte. Und dieser Schamanismus wurde mit verschiedenen Karten-Systemen unterstützt. Und diese Karten, denkt man gar nicht, dass das so eine starke Energie ist, diese tiefe Liebe zu spüren, die ich bin. Und ich führe so eine Kraft in mir, so eine Verbindung wieder mit Mutter Erde, weil durch den Besuch oder durch dieses Coaching von Gerardo und von Carmen die Bälle so schön zugespielt haben, einfach haben immer miteinander gearbeitet, haben immer da angesetzt, wo jetzt quasi gerade ich brauchte, die Gruppe brauchte. Und das war einfach fantastisch. Und das war einfach fantastisch.